So, Sie haben also diese wahnsinnige Idee, die Sie zum nächsten Bill Gates macht. Doch jeder Investor, den Sie kontaktiert haben, hat nicht verstanden, warum Ihre Idee so einzigartig ist und verdreht nur noch die Augen, wenn Sie von Ihrer magischen Idee berichten. Und hier ist die Lösung. Denn immer, wenn Sie anfangen zu reden, hören diese Leute auf, zuzuhören. Und Sie haben oft maximal nur 90 Sekunden Zeit, bevor Sie rausgeschmissen werden. Denken Sie, da ist ein besserer Weg, gehört zu werden? Ich glaube schon. Sie sehen es gerade. Und es heißt Videoscribe. Ein einfacher und effektiver Weg, Aufmerksamkeit zu erregen und bis zum Ende Ihrer Präsentation gehört zu werden. Videoscribes verwandeln Ihre Bilder in kurze, dynamische Animationen, die Ihr Publikum viel leichter erreicht. Sie können exakt aufführen, warum Ihr Geschäft die gewünschte Aufmerksamkeit verdient hat. Und lassen Sie Ihre Interessenten einfach nur wissen, dass Sie ein Video produziert haben, das alles im Detail erklärt. Lassen Sie Ihre Animation von einem professionellen Videoexperten erstellen und rufen Sie heute noch an, um mehr Professionalität in Ihr Geschäft zu bringen. 030 818 66 122 Liborio TV Created using Paltoon